Nur die Wahrheit. Als ihr die Taverne verlasst an Groschhammer und nach draußen tretet, könnt ihr dort viele Krieger vom Xorloscher Drachenschule erkennen. Unter anderem auch Gilmon, Sohn des Gilmon, den Bergkönig vom Koschim, der mit seinen leeren weißen Augenhöhlen trotz seiner Blindheit dort immer noch steht und predigt. Unter anderem weitere Rufe, Schreie, Singen von den Trollsackern und dem ehemaligen König, die mittlerweile ihren neuen König feiern. Als er nach draußen aus der Taverne heraustritt, rufen und feiern sie ihn. Ich hätte mir niemals vorgestellt, solch eine Art von Verbündeten zu haben. Seltsam, nicht wahr? Was, Zwerge? Nun, Zwerge, Trollzucker. Ja, wir haben auch Droiden, Hexen, einen Troll und warum nicht Zwerge und Trollzucker. Das ist ein unwürdiger Zustand. Also ich kann sich nicht einmal selbst verteidigen und muss sich auf solcherlei Gesindel verlassen. Und was heißt hier solcherlei Gesindel? Dann seht ihr euch da ran. Der da schneidet sich gerade. Ja und? Das machen wir in unserem... Dem da läuft Blut aus dem Mund. Ich glaube, er hat gerade mit der Plattenfaust seines Kameraden auf die Nase bekommen. Naja, also die Zwerge, die sind doch nun wirklich schon lange Verbündete. Um die Zwerge geht es doch nicht und das wisst ihr ganz genau. Ja und ich bin mit beiden dermaßen jetzt verbunden. Ich bin Teil des Stammes und Teil der Zwergengesellschaft. Also macht mir meine Leute nicht schlecht. Ja, Boltax, du kannst gerade erkennen, wie jemand auf dich zukommt. Du musst ein zweites Mal gucken, dann erkennst du Gonach, der dich damals schon beschützt hatte. Und er trägt irgendwas Blutiges in der Hand. Du siehst, wie er sich wohl sein Ohr abgeschnitten hat und es dir runterreicht. Oh, Gonach! Boltax! Schön, dass du hier wirst! Hier, mein Ohr, schick es dir! Danke, 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 ich werde später noch einen mächtigen, mächtigen, mächtigen Naturgeist rufen und du wirst mich beschützen, solange ich ihn rufe. Ja, klar, sehr gut, sehr gut. Er blutet wie ein Schwein, läuft gerade an Samuhoch runter, frisch runtergeschnitten, wahrscheinlich mit dem blutigen Ritual, durch selbst abgetrennt. Aber du hast das Ohr von Gonach. Ich würde das einstecken. Kann ja nicht schaden. Ihr habt seltsame Freunde. Ja, euch zum Beispiel, aber, naja, was passiert eben? Wieso hat er das getan? Was wollt ihr mit seinem Ohr? Ja, also... Schach, Soli! Es wäre sehr unhöflich gewesen, das abzulehnen, nicht wahr? Ja, und besser, als wenn er mir sein Auge gegeben hätte. Den ersten Teil der Frage kann ich allerdings auch nicht beantworten. Ich werde noch einen Boten an die Joden und die Truinen und die Hexen schicken, dass sie sich bereit machen können. Ja, wo? Und... Dann können wir aufbrechen. So, brecht ihr auf. Auf ihm kann sich noch einmal kurz mit seinen Treuzackern unterhalten, die ihn weiter hochleben lassen, ihm noch ein Fässchen Bier mit auf den Weg geben und dann erreicht ihr nach einer doch echt kurzen Reise Hommeles. Bis einen Tag später. Isarun? Oh, entschuldigt, Abel mir, nach euch. Ne, bitte nach euch. Wenn ihr mit der Kaiserin sprecht, dann solltet ihr ihr auch Ansvins Anliegen vortragen. Er hat uns in Kenntnis gesetzt, dass er auf gar keinen Fall irgendeine Form der Bezahlung annehmen wird für sich und seine Männer. Aber er, ja, bittet darum, die Absolution für sich selbst und vor allem auch seine Männer zu erhalten, wenn er an Seite Rohayas in die Schlacht zieht. Aber ihr kommt doch mit. Wieso tragt ihr dieses Anliegen nicht selber vor? So ist das doch authentischer. Gut, ich dachte nur, weil wir vereinbart hatten, dass ihr reden werdet. Nein, 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 ich denke, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir alle mit einer Stimme sprechen. Natürlich werde ich das Wort führen, aber es wird nicht schaden. Sagt einmal, mit welcher Strategie wollt ihr Rohaya dazu bringen, euch das Blut freiwillig zu geben? Nun, ich werde ihr die Wahrheit sagen. Sie möchte den schwarzen Drachen genauso stellen wie wir. Dieser Hund wird das schon machen. Meint ihr nicht, ihr Hofmaris könnte ein Wort dabei mitzureden haben? Durchaus, ja. Ich schlage vor, dass er bei dieser Unterhaltung dabei ist. Blut ist ein starkes Druckmittel, ein Mittel, jemanden zu zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Aber Isarun ist doch keine Droide. Diese Kunst beherrschen nicht nur Droiden. Aber ich beherrsche sie nicht und ich werde diese Fiore mit Hüten wie meinen Augapfel, wie man so schön sagt. Und ihr glaubt, Rohaya wird euch so weit vertrauen, dass sie euch ihr Leben anvertraut? Das weiß ich nicht. Aber ich werde vorschlagen, dass ihr Hofmargus, Melvin Störrebrand, genauso gut darauf aufpassen kann. Ich denke außerdem, dass sie uns wirklich sehr vertraut, insbesondere weil wir sie ja schon etwas länger kennen und ein gemeinsames Geheimnis teilen, nicht wahr? Ich glaube auch, Isarun hat eine sehr gute Beziehung zu ihr. Ich glaube fast, dass es schwieriger werden könnte, das Blut von Selindian zu bekommen, da keiner von uns eine sonderlich enge persönliche Beziehung zu ihm pflegt. Doch, mich mochte er. Mich hat er letztes Mal ganz liebevoll am Bauch getätschelt. Ah, ja. Ja, das wird schon, also das mit Selindian könnt ihr ruhig mir überlassen. Nun gut. Als ihr den, ja, das wilden Viertel betretet und dann die entsprechende Villa euch wieder heraussucht, die Rohaya mittlerweile bezogen hat, die hatte sie hier schon das ein oder andere Mal besucht, könnt ihr erkennen, wie Melvin Störrebrand wohl vor der Tür wartet und euch dann zunickt. Ah, ihr Helden, ihr seid wieder zusammen. Sehr schön. Kann ich euch helfen? Nun, euer Spektabilität, wir müssen mit der Kaiserin sprechen und uns wäre es sehr lieb, wenn ihr auch zugegen wärt, denn es handelt sich um eine gewissermaßen magische Angelegenheit. Geht es um Rassas, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Gerade ist Oberst Alrik von Plautern und vom Berg wieder bei ihr und bringt ihr die neuesten Erkenntnis. Ich bin sehr froh, dass ihr sie wieder auf ein unangenehmes, aber ein anderes Thema bringen könnt, denn es wäre Wahnsinn, wenn sie jetzt gegen ihren eigenen Bruder in die Schlacht zieht. Jetzt, wo wir doch all die Truppen brauchen. Äh, bitte, was? Gegen ihren eigenen Bruder ziehen? Ist das eine Angelegenheit des Obersts? Da Ludalf von Bertling aktuell in Rancara die Rethena weilt und dort gegen Okurian von Raben und die Brücke hält, Oberst Alrik ist aktuell derjenige, der gemeinsam mit ihr das versucht. Rassas, du hast wohl aktuell keine Bedrohung, zumindest glaubt sie das. Bringt sie bitte auf einen anderen Trichter. Wenn es jemand schafft, dann her. Danke. Ich werde mein Möglichstes geben. Das gibt es ja wohl nicht. Gut, ich nehme mal an, wir warten einfach, bis diese Besprechung vorbei ist. Nein, geht doch am besten bitte rein. Euch wird sie es verzeihen. Ich komme mit. Gut, ähm, zu Lamin. Wollt ihr auch mitkommen? Ja, gerne. Das ist eine ernste Angelegenheit. Es ist wichtig, ihr das auszureden. Kam es nun ein paar Tage weg schon wieder... Unfassbar. Als ihr die Tür öffnet, könnt ihr sehen, wie sich blitzschnell Alrik, Oberst Alrik vom Lauternland vom Berg umdreht und sein Schwert zieht sich ab, während er vor die Kaiserin stellt. Es gibt natürlich ein bisschen Abstand zu ihr, aber er hatte wohl gerade berichtet und dann abgebrochen, als sich die Tür öffnet. Was tut ihr hier? Seid ungesorgt, Ordner, Oberst. Ja, er steckt seine Klinge wieder weg. Also, königliche Majestät, wenn ihr gestattet, natürlich ist ein Angriff auf die Festung ein Alvarens Kommando, aber in einer direkten Feldschacht. Wir werden es sicherlich schaffen, Selin die anderen Bruder zu besiegen. Wir haben frisch eingetroffen, ein LN-Wiener Garde-Regiment unter der Obristin Amades von Förensat. Das sind Hellebadiere. Euer Bruder führt zum aktuellen Zeitpunkt zwei Schwadroniere, der Pudiner Garde-Reiter und auch eine Schwadron-Ragata-Curassiere, die mit der Lanze sehr gut und sehr versiert sind. Aber ich denke, wir werden auch dieses Alvarens Kommando... Mir wäre zwar eine Feldschacht lieber, doch ich weiß nicht genau, wie wir ihn aus dieser Burka rauskriegen. Verzeiht, Oberst, ähm, gab es eine Provokation von Seiten, Selinian Hals? Eine Provokation? Was meint ihr damit? Nun, ihr plant gegen ihn in die Schlacht zu ziehen? Nun, selbstverständlich. Ich höre auf die Befehle der Kaiserin. Ulamin schaut die Kaiserin fragend an. Ich muss dieses Problem beseitigen. Euer kaiserliche Majestät. Im Moment steht die Schlacht gegen den schwarzen Drachen an. Der schwarze Drache ist die Bedrohung. Ist er wieder zurück? Er kann innerhalb eines halben Tages hier sein. Wir können ihn zur Schlacht stellen. Herr Oberst, wart ihr in Werheim dabei? Nein, ich wurde abkommandiert. Ich habe die Orks verteidigt. Hm. Wart ihr in Garret dabei, als die fliegende Festung angriff? Er wird ein bisschen rot im Gesicht. Ich habe die Orks verteidigt an vorderster Front. Und ich bin mir sicher, dass ihr diese Aufgabe gewissenhaft erfüllt habt. Worum es mir gegen ist, ihr habt den schwarzen Drachen anscheinend noch nicht in der Schlacht erlebt. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Vielleicht kann Ihre kaiserliche Majestät euer Gedächtnis ein wenig auffrischen, was in Werheim passiert ist. Wenn nicht, werde ich das sehr gern tun. Wir haben es hier nicht mit einem Gegner zu tun, der sich nach menschlichen Maßstäben messen lässt. Was Selindian Heil tun kann, ist ein Kinderspiel und verzeiht meine Wortwahl ein Scheißdreck dagegen, was der schwarze Drache anrichten wird. Was er kann und wird. Wir müssen uns auf den schwarzen Drachen konzentrieren. Ich tue das, was die Majestät befiehlt. Euer kaiserliche Majestät, es ist eure Wahl. Meine dringende Empfehlung ist, den schwarzen Drachen zu stellen und ihn ein für allemal zu vernichten. Gerade jetzt sind die Zeichen so gut wie nie, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten. Wir haben die Mittel in der Hand, um den schwarzen Drachen zu stellen und ihn zu vernichten. Wir müssen diese Chance nutzen. Ich habe keine Soldaten, um in die schwarzen Lande zu ziehen. Wir müssen nicht in die schwarzen Lande ziehen. Wir können den Drachen zu uns rufen. Dracodan von Misaquell ist eingetroffen. Und er weiß, wie man das tut. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Natürlich auch eure Männer und die des Oberstes. Es ist Zeit, unsere Heere zu vereinen, um gegen diese untote Bedrohung ein für allemal in die Schlacht zu ziehen. Die Heere vereinen? Die Heere vereinen. Es ist die einzige militärisch sinnvolle Lösung. Denkt darüber nach, was ihr gesehen habt in Wehrheim und in Gareth. Mit Silindian zusammen in die Schlacht ziehen. Ihr seid von einem Blute. Und er wird sich daran erinnern. Genauso wie ihr euch daran erinnert. Es ist auch seine Mutter, die durch das Feuer des schwarzen Drachen umgekommen ist. Wir werden dafür sorgen, dass er sich anschließt. Vielleicht können wir tatsächlich diesen Konflikt etwas nach hinten stellen. Wenn wir uns mit Silindian verbünden, dabei schaut sie wieder rüber zu, Oberst Alrik, könnten wir eventuell auch Answin auslöschen. Nun, auch seine Truppen werden wir brauchen im Kampf gegen den Drachen. Uns verbünden mit dem Truchsis? Ja, auch er hat eine Armee mitgebracht aus dem Norden. Sie ist schlagkräftig. Sie hat schon viele der Hinterlassenschaften der Nekromanten und der nun eingesetzten Obristen oder was auch immer aus den schwarzen Landen vernichtet. Er war eine ernstzunehmende Macht an der Schlacht an der Trollpforte, die vor kurzem geschlagen wurde. Und wenn wir unsere Heere vereinen, diese drei Heere, haben wir eine reelle Chance, den Drachen zu vernichten. Allein werden wir das kaum schaffen. Irognaden Sulamin hat mit ihm gesprochen. Sie zieht ihre Augenbraue hoch. Und was sagt er? Er sagt, er verlangt keinerlei Gegenleistung. Er dient dem Reich. Er will das Beste für das Reich und möchte die sogenannte Wildermark wieder zum Teil eures Reiches machen. Das Einzige, was er möchte, ist die Absolution für sich selbst und vor allem seine Männer. Er sagt zu, sich nach der Schlacht wieder sofort aus eurem Reich zurückzuziehen und ins Welttal zurückzukehren. Sie überlegt einige Momente. Der Oberst nickt nur und tritt ab. Euer kaiserliche Majestät, wollt ihr wirklich diese einzige Bedingung ausschlagen? Ihm freies Geleit in sein Exil zu verwehren? Eine Bedingung? Wir sind eine Kaiserin. Ein Wunsch. Ein Wunsch. Und wie gesagt, er bittet nicht in erster Linie für sich, sondern vor allem für die Männer, die ihm hierher gefolgt sind. Sicherlich nicht alle seinetwegen. Gewiss sind auch viele mit ihm gekommen, weil sie gegen die Bedrohung durch den Drachen vorgehen wollen. Nicht aus persönlicher Loyalität. Und das ist auch nur vernünftig, sich auf einen Verrat vorzubereiten. Immerhin wissen wir, von welchen niederhöllischen Mächten dieser Landstrich manchmal heimgesucht wird. Das ist also nur vernünftig. Trotzdem dürfen wir nicht selber diesem Verlangen nach Verrat nachgehen. Wir dürfen nicht selber mit unlauteren Mitteln kämpfen. Jemandem in den Rücken fallen, wenn die Schlacht geschlagen ist. Wir bereiten uns nur auf Eventualitäten vor. Wondra steht an meiner Seite. Es muss fair zu gehen. Da bin ich ganz bei euch. Also gut. Dann dürft ihr euch jetzt entfernen. Eine Sache hätte ich noch, euer kaiserliche Majestät. Ich erwähnte ja bereits, dass Dracodan von Misaquell eine Möglichkeit gefunden hat, den Schwarzen Drachen herbeizurufen. Wir kennen diesen Dracodan nicht, wer ist das? Der Gesandte des Arteb aus den Drachensteinen. Das ist ein Kaiserdrache, oder? Das ist korrekt. Das ist der selbsternannte Herr der Drachensteine. Der Drache hat schon vor Jahrhunderten eine Allianz mit dem Mittelreich geschlossen. Der Wart der Drachensteine nennt man ihn auch. Und was mag dieser Dracodan nun von uns? Er hat uns erklärt, und ihr wisst ja auch noch, dass der Schwarze Drache auf der Suche nach Kaiserblut ist. Er hat einen Köder, er kann einen Köder vorbereiten. Dazu benötigt er einige Tropfen Kaiserblut. Ihr dürft gerne mal eine überzeugend Probe würfeln. Alle oder nur Isabel? Ja, zu Lamin da verhelfen, hat er auch definitiv noch gesprochen. Und ansonsten hatte keiner geholfen, glaube ich. Wir sind ja auch nicht mitgekommen. Oder wurden nicht mitgenommen, je nachdem, wenn man sehen möchte. Durfte jeder mitkommen. Also, Boltax habe ich verstanden, dass er mitkommen wollte, oder? Ich bin auch mitgekommen. Ich stehe im Thronensaal, aber sagt nichts. Für mich klang das so, als wolltest du das alleine angehen. Deswegen bin ich nicht mitgegangen. Für mich klang das so, als wolltest du damit nichts zu tun haben. Von daher. Natürlich will ich nicht, aber jetzt bin ich halt schon hier. Ja, sie nickt kurz, hat ihre beiden Augenbrauen mittlerweile erhoben. Schaut dann rüber zu ihrem Hofmargus, der dann aber auch nur nickt. Weise wie er ist, fährt sich natürlich noch einmal durch den Bad. Und dann nickt sie auch euch zu. Also gut, wir vertrauen euch. Solltet ihr schämtliche Taten... Nein, ich werde diese Warnung nicht aussprechen, da es sich bei euch um Helden handelt. Wir werden es nicht zulassen, dass dieses Blut in die falschen Hände gerät. Ich würde es tatsächlich vorschlagen, dass ihr es erst dann abgebt, wenn ihr euch dem Schlachtfeld nähert. Also Dracodan von Misaquell selbst übergibt. So tun wir es. Führt uns, wenn es soweit ist, dazu. Wo ist diese Schlachtwelt? In der Nähe von Zwerch, Zulamina, erinnerst du dich genau, wo der Wald gerodet wurde? Der hohe Priester des Angrosch, war doch so Bolltags, oder? Ja, nördlich von Zabel. Es muss nicht weit weg vom Ufer des Ochsenwassers sein, denn wir bereiten uns ja auch darauf, ein Elementar zu rufen vor. Also muss es in Sichtweiter des Sees sein. Selber war ich an dem Schlachtfeld noch nicht, aber wir werden Pläne und Karten davon auftreiben, sodass wir in Zwerch, schlage ich vor, eine Nachberatung durchführen, wo wir welche Truppen aufstellen. Answins Truppen lagern aktuell in der Nähe von Zabel. Das Schlachtfeld selbst soll wohl irgendwo zwischen Ochsenried und Seeheim sein, wenn alles nach unseren Wünschen läuft. Wann wird dieser Kampf also beginnen? Wann sollen wir dort auftauchen? Das hängt davon ab, wie kompromissbereit euer Bruder ist. Er muss euch also auch nach Norden bewegen, ja? Natürlich muss er das. Das ist richtig. Dann werden wir Romulus verlassen und übersetzen in Richtung von Zwerch. Ich habe gehört, dass die Zwerge dort warten. Das ist richtig. Eine große Truppe Xorlascher Drachenkrieger ist eingetroffen. Natürlich auch der Hochkönig selbst mit seinen Leuten. Und Arombolus. Sehr gut, sehr gut. Dann werde ich zunächst nach Zwerch übersetzen und von dort aus können wir sicherlich weiter verlegen in Richtung Zabel oder wo auch immer sich dieses Schlachtfeld dann befindet, am Ochsenwasser. Das klingt am sinnvollsten, euer kaiserliche Majestät. Dann seid bedankt für die Information und dass ihr diplomatisch in unserem Namen gehandelt habt. Wieder einmal vertraut das Reich euch. Dann dürft ihr euch jetzt entfernen. Isarun verbeugt sich und schwindet sich. Urteil der Divi dann nach draußen. Das ging relativ glatt, oder? Ja, das ist gut gelaufen. Ich verstehe diesen Sinneswandel nicht. Glaubt ihr? Keine Ahnung. Jemand spürt ihren Zorn auf ihren Bruder? Jemand, von dem wir nicht wissen? Es könnte sein. Vielleicht ist es generell eine Nachwirkung des niederhöllischen Befalls dieser Stadt. Aber das ist etwas, worum wir uns später Gedanken machen können. Wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, erst einmal alle drei zu versammeln. Ja, auf jeden Fall. Es ist nur etwas, was ich gerne im Hinterkopf behalten möchte. Ich mag es nicht, auf diese Art unangenehm überrascht zu werden. Eure Herrin Raya ist auch für einen klaren Geist verantwortlich, nicht wahr? Ja, vielleicht hättet ihr ein kleines Amulett für sie. Hm. Ja, vielleicht. Ich werde auf jeden Fall für sie beten. Für etwas. Mehr Gelassenheit. Nun, ich denke, in dieser Situation kann man es niemanden verdenken, angespannt zu sein. Ja, habt ihr recht. Wie steht die Sonne? Lohnt es sich noch, in Richtung Feste loszureiten oder erst morgen? Also ihr seid genau einen Tag von Zwerch bis nach Romelis geritten. Und nach Hohenstein würde es nochmal einen Tag dauern. Also ihr könnt quasi hier jetzt übernachten. Ihr könnt aber auch jetzt losreiten. Ihr würdet dann am nächsten Tage zur gleichen Uhrzeit ankommen. Dann würde ich sagen, wir gehen nach draußen. Ähm, erzählen Jalan und Abel mir, was wir gehört haben. Ja, und übernachten dann dort. Gut. Haben die anderen auch noch was dazu zu sagen, oder wollt ihr weiter nach Hohenstein? Weiter nach Hohenstein. Kriegst du noch ein Haulkrampf? Meint ihr, wie ihr es geschildert habt, dieser Marschall schült insgeheim den Zwiss zwischen den beiden? Ich habe den Oberst immer als einen sehr geradlinigen Menschen erlebt. Ich denke nicht. Ich glaube aber, dass er dadurch, dass er lange in der Verbannung war, sich jetzt der Kaiserin beweisen möchte. Und das tut, was er am besten tut. Schlachten planen. Da er aber nur menschliche Gegner gewohnt ist. Naja, Orks natürlich auch, aber humanoide Gegner. Nun, jemand, der immer nur Möbel zusammenhämmert, sieht immer nur den Nagel und den Hammer. Ach, keine Sorge. Er kann sich, wenn er will, sicherlich ein paar Tipps von den Zwergen auch Skorlosh holen. Er versteht mich nicht falsch. Er ist ein kompetenter Kavallerist. Ein kompetenter Militärführer. Aber er hat die Schrecken des Schwarzen Drachen nicht so hautnah miterlebt wie wir. Nun, dann wollen wir hoffen, dass er in der Schlacht nicht zusammenbricht. Ich denke nicht, dass er das wird. Aber wir müssen ihm klar machen, wogegen er vorgehen wird. Soll ich noch einmal reingehen und ihm von der Armrost erzählen? Oh Gott, nein, nein, nein. Wir müssen, oh, ich habe schon furchtbaren Hunger. Wir müssen was essen gehen. Ja, gut. Wenn ihr meint. Ja, ja. Guter, guter, guter Rat. Und schläft er uns noch ein, bevor er auf den Schwarzen Drachen trifft? Aber das wollen wir ja nicht. Deshalb wollte ich ihm ja von der Armrost erzählen. Überlegt euch in der Zeit lieber, wie er Selinian Hahl angeht. Wir können wohl nicht darauf hoffen, dass sich sein Gemüt in der Zeit ausgeglichen hat. Ich denke, ich werde auch... Und wenn ihr ihm von der Armrost erzählt. Ah, ein 12 Götter, nehmt ihm vorher das Blut ab. Ich greife ihn doch nicht an, Yalanda. Das meine ich nicht! Götter im Himmel, Poltax! Jao, was ist mit den Göttern? Sulami, du hattest recht. Hier ist wirklich irgendwas in der Luft. Guckt euch mal hier, Yalanda. Kommt einfach, ja? Je schneller wir diese ganze Sache hinter uns bringen, desto besser. Aber das mit dem Heiligen Vater, das habt ihr geklärt, oder? Natürlich. Gut. Aber Iserun wollte jetzt was essen gehen. Und ich könnte auch was vertragen. Das Buchlein ist schon wieder ganz leer. Ja, dann beeilt euch. Aber was? Heute müssen wir doch nirgendwo mehr hin. Es dauert einen ganzen Tag, bis wir zur Feste gelangen. Und? Und der Heilige Vater hat gesagt, es ist nicht gut, Essen schnell zu essen. Man soll sich dafür Zeit nehmen und das Essen an einem Tisch essen.